Heute werde ich auf einem einzigen Lucky Block eingesperrt sein. Werden wir es uns schaffen, Minecraft durchzuspielen und den Enderland zu besiegen? Oder Leute, werden wir drauf gehen? Schaut unbedingt bis zum Schluss, um das zu erfahren und lass schon mal ein Like da. Bukri, steh mal endlich auf, diese feilte Schnabnase. Junge, was? Äh, 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 Nady, was machst du denn in meinem Bett? Hey, äh, warte mal. Schau dich gleich runter, wenn du so weitermachst. Wir sind ja gar nicht in meinem Zimmer. Wo sind wir hier? Wie bin ich hierher gekommen? Oh nein, was machen wir hier? Hey, du Nervensegel, hör mir mal zu. Irgendjemand hat uns hierher gebracht. Irgendjemand hat uns hierher gebracht? Lili und Sally sind ja auch hier. Meine Schwester und, äh, Simlaki-Schwester. Hm, was? Simlaki-Schwester? Ich hab auch einen Namen. Sally heiß ich. Was machst du eigentlich hier? Oh, Green Junge hat mir noch gefehlt. Äh, ich weiß doch nicht, was ich hier mache. Ich bin hier genauso random wie ihr. Oh, Mann. Oh, Green, wir mögen dich nicht. Ich akzeptiere es einfach. Ohne dir war es besser, als du geschlafen hast. Äh, was? Hey, ganz ruhig, Mann. Ich will hier auch nicht mit euch drei sein. Mit drei Mädels. Wo sind meine Freunde? Binnie und Simlaki. Warum sind die nicht auf der Insel? Weil der Game Master sich für uns entschieden hat. Und ich frag mich, warum er dich mitgenommen hat. Ich mein, das ist eine Mädcheninsel. Sieht man da. Eine Mädcheninsel? Stopp, stopp, stopp. Das ist eine Mädcheninsel. Du bist hierher gekommen. Heißt das etwa, du bist ein Mädchen? Okay? Ich bin kein Mädchen. Ich bin ein Junge. Keine Ahnung, warum ich hier mit drei Mädchen ganz alleine bin. Ey, Leute, wir müssen hier aber irgendwie wegkommen. Sonst werden wir für immer hier gefangen sein, oder nicht? Hahaha, richtig erkannt. Du bist hier alleine mit drei Mädchen gefangen auf einer Insel. Und wenn ihr es nicht schafft, innerhalb von 24 Stunden den Enderjahren zu besiegen, wirst du für immer auf dieser Insel mit ihnen bleiben. Hahaha. Hä? Was zum Geier? Habt ihr das auch gehört? Ich weiß nicht, wer das war. Ich hab mal Angst vor ihm. Nee, ich weiß nicht, wer das war. Aber Leute, wie schrecklich war denn seine Stimme bitte sehr? Der war richtig böse. Der meinte, wenn wir den Enderjahren nicht besiegen, in 24 Stunden, dann werden wir hier für immer feststecken. Und ich möchte nicht für immer mit drei Mädchen auf dieser Insel sein. Hm, so kann ich das hier nicht aushalten. Ich bin hier entweder mit Mädels, aber ein Junge geht gar nicht. Was war's? Okay, entweder du verkleidest dich als Mädchen, oder ich akzeptiere dich nicht und schweige dich hier runter. Hä? Auf keinen Fall. Ganz ehrlich, ich fang schon mal an. Ich möchte hier weg. Ich möchte hier weg. Ich besiege den Enderjahren ohne euch. Ich mach den Baum kaputt. Ja, den müssen wir kaputt machen, weil sonst bekommen wir nicht genug Holz. Und du wirst ganz genau, man fängt immer mit den Holztools an. So, zack, ich baue den ganzen Baum ab. Aber wie sollen wir zum Enderdrache kommen? Wie wir zum Enderdrache kommen sollen? Keine Ahnung. Ich meine, wir müssen ja auch erstmal ins Enderportal und alles. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen sollen. Und die Sonne geht schon unter. Nicht, dass hier fiese Monster auf dieser Insel... Stopp! Siehst du das auch? Eine Sonne? Da ist eine Insel. Eine Insel voller Sand. Vielleicht kann die uns weiterhelfen. Oh, stimmt. Was ist eigentlich hier voll in der Kiste? Ein Lava-Eimer? Warte mal, Eis und... Oh, ich lasse mir alles mit. Und Schildkröteneier. Vielleicht können wir damit... Oh, warte mal. Was ist das denn? Hä? Seht ihr das auch? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Was ist das denn? Weißt du, was das ist, Uri? Ne, weiß ich nicht. Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gewundert. Bruder, hörst du, was das für ein Block ist? Sollen wir den mal abbauen? Äh, okay, wie du willst. Ich baue den ab, okay? Schauen, Leute. Ich habe Mut, Junge. Ich beweise euch, dass ich der krasseste bin. Und ob... Let's go! Hä? Uri, wo bist du? Uri, wo bist du? Äh, ich bin einfach unsichtbar geworden. Uri, wir brauchen dich. Hä? Ich bin einfach unsichtbar, Leute. Warte mal. Wie kann... Bin ich jetzt für immer unsichtbar? Oh Mann, Spaß. Zum Glück ist Uri, weg, Mann. Ich warte, den ist. Ich bin gar nicht, wenn ich bin hier vorne, Junge. Hey, hey. Schwester, das ist bestimmt Uri's Böse. Nein, ich bin kein Böser, kein... Leute, ich glaube, das liegt an diesem Kristall, Mann. Ich möchte nicht mehr unsichtbar... Ja, es liegt an diesem Kristall, ey. Leute, wenn man diesen Kristall nimmt, dann ist man einfach unsichtbar. Wie krass ist das denn? Gib mal einen her oder andere. Warte mal, ich habe ihm Sally gegeben. Sally, test mal aus, ob das an dir auch funktioniert. Nein, deine Schwester hat den Kristall. Schau, sie ist unsichtbar. Warum bist du jetzt verschwunden? Uri, ist das für jeden Tag. Aber warte mal, habt ihr das gesehen? Der Lucky Block ist immer wieder gespawnt. Das ist doch dieser eine Block, der immer random Sachen daraus spawnt. Lass ihn mal noch mal abbauen. Und mal schauen, was er bekommt. Oh. Uri, es kommt gar nichts raus. Uri, du hast kaputt gemacht. Ah, nicht? Ein Diamanten-Lucky Block? Wow. Krass, Alter. Zack, und... Was ist das denn, ein Dreizack? Ey, den können wir gebrauchen, um gegen den Enderdachen zu gewinnen. Uri, gib den Dreizack sofort den Mädels, denn das ist unsere Insel und nicht deine. Alles gehört uns hier. Nein, werde ich nicht. Du kriegst nur, du kriegst nur zu essen. Du kriegst uns Pupsi. Ich bekomme Eure Pupsi, nein, auf keinen Fall. Ich habe die Waffe. Also, hört zu. Wenn ihr mir zu nahe kommt, dann wird es wirklich Konsequenzen geben. Baut mal erstmal hier die Insel weiter, okay? Ich wusste, dass du ein böser Junge bist, Uri. Ich bin nicht böse, Mann. Und, oh, TNT-Lucky Block? Leute, soll ich mal diesen TNT-Lucky Block platzieren? Ich weiß ja nicht. Ich mache es einfach mal. In die Luft sprengen. Nein, ich möchte euch nicht in die Luft sprengen. Warte mal. Ich platziere mal hier vorne. Du bist alle Kind. Ey, chill mal, Junge. Ich mache das mal. Und zack, was passiert hier? Oh, oh, 16 Heisen. Let's go. Wir können uns Heiseneres zu machen. Und da ist noch so ein TNT-Lucky Block. Ich öffne den. Ich öffne den. Ich will den herfahren. Mach ihn. Ein orangener Kristall? Ich kann es zurückgeben. Sofort all deine Items geben. Äh, Leute, ganz ruhig. Sofort. Ich gebe mir nicht... Äh, ey, ey. Hey, ich gebe euch nicht meine Items. Ich baue mir jetzt meine eigene Insel. Ganz ehrlich, ich gehe dort rüber. Alter, die sind so fies zu mir. Die können... Wie kommst du nicht ohne mich auskommen? Lass mich in Ruhe, Mann. Weg mit euch. Ich möchte nicht mehr mit euch sein. Ihr seid richtig fies zu mir. Okay, du benimmst dich echt kindisch. Du legst dich ja mit Mädels an. Weißt du was? Das heißt Krieg. Das heißt Krieg? Ah, okay. Krieg hat angefangen. Hier, nimm das, Junge. Die Mädels kommen einfach nur. Oh, nein, 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 nein. Ey, Leute, das kann so nicht weitergehen. Ganz ehrlich. Ihr müsst mir helfen, Freunde. Und ich muss die irgendwie austricksen. Ich muss die eine Falle bauen. Dann werden die schon sehen. Ich habe es vergessen. Die Lucky Box spawnen auf unserer Insel und nicht auf deiner. Oh, nein. Jetzt bekommt ihr die ganzen Items. Die kannst du nicht. Oh, nein. Was mache ich denn jetzt? Freunde, ihr könnt mir mit eurer Kraft helfen, damit ich gegen sie ankomme, weil die sind zu dritt und ich bin ganz alleine. Deshalb, Leute, lasst mal alle Likes da und ein Abo, damit ich, Freunde, ein Schwert bekomme. Ein Diamantenschwert. Dann haben die bestimmt Angst vor mir und sind nicht mehr so frech zu mir. Also, Freunde, lasst alle Likes da und ein Abo in drei Sekunden, damit ich ein Diamantenschwert bekomme. Helft mir, Freunde. Freunde, drei, zwei, eins und neun. Kommt schon an, like und abonnieren, falls ihr das nicht getan habt, Freunde, schnell. Sonst habe ich keine Schotze gegen die. Und, Leute, es hat funktioniert. Ey, ihr seid die Besten. Haha, jetzt gehe ich zu denen rüber. Aber wartet mal, Leute. Erstmal machen wir uns noch Eisenrüstung und am besten, wir machen uns noch mehr Sachen, nämlich ein Eimer. Das ist richtig super wichtig. Wir müssen uns, so, zack, zack, zack. Wir machen uns eine Holzhacke, die ist auch super, super wichtig. Und, Freunde, wir machen uns eine Eisenspitzhacke und jetzt können wir uns Rüstung machen. So, ich würde sagen, was machen wir uns für Rüstung? Auf jeden Fall Schuhe. Zack. Jetzt habe ich sogar schon Eisenstiefel. Und was können wir noch machen? Oh, oh nein. Für eine Hose reicht es nicht mehr. Dann würde ich sagen, behalte ich die Eisenstückchen erstmal. Vielleicht brauche ich die später nochmal. Und jetzt... Schau mal, Uri. Oh nein. Was habt ihr hier gemacht? Ich habe eine Lucky Block Mauer gemacht. Ey. Lass mich hier durch, Mann. Hey, das ist meine Lucky Block Mauer. Haha, jetzt habe ich richtig viel. Oh, let's go. Ich gucke richtig gut. Let's go. Ey. Oh, ey. Ey, ey, ey. Nicht runterbauen. Was? Was hast du denn... Okay, egal. Ganz ehrlich, jetzt habe ich noch einen Diamantenhelm. Und, Freunde, dank euch, weil ihr alle Likes da gelassen habt und ein Abo, werde ich die jetzt zu Rechenschaft ziehen. Haha. Jetzt bin ich der King hier. Also, hört mir zu. Wenn ihr nicht gehorsam seid, dann wäre... Äh, warte mal. Warum hast du auch ein Diamantenschwert? Ich habe gerade ein Diamantenschwert aus dem Lucky Block bekommen, weil die Mädcheninsel uns gehört. Äh, nein. Die gehört gar nicht euch. Oh nein. Vor allem, ich muss wieder zurück. Hat nicht so gut funktioniert. Ich wollte gerade... Und schau, was ich auch noch habe. Oh, P-Empfel. Hey, nehm das. Gib mir die Arm. Ich geh nicht. Ey, hör auf. Den esse ich jetzt. Der werde ich besiegen. Komm mal. Komm mal hier. Komm mal hier. Ich habe den Geist jetzt. Komm her. Ich kriege dich. Haha. Runtergeschickt. Ja, nein. Unkrieg, schau mal hinter dir. Ah, hör auf. Oh nein, die war auch nicht wahr. Volle gestärkt. Haha. Warte mal. Wir kriegen dich. Leute, chillt mal. Ich glaube sogar, wenn man hier runterfällt, dann spawnt man einfach wieder. Hm? Ich probiere es noch raus, Uckri. Nein, ich probiere es nicht aus. Aber ich habe gerade Lili runtergeschmissen und die ist wieder gespawnt. Er hat sogar recht. Ich bin einfach wieder gespawnt. Man kann also gar nicht draufgehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das heißt, wir können Uckri gar nicht von der Insel rausschmeißen. Der wird immer wieder spawnen. Hey, ernsthaft? Das war also euer Ziel? Nee, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier die Insel weiter und das ohne euch. Weil wir Leute, wir brauchen noch viel mehr Sachen. Wir brauchen unbedingt ein Feld. Also, ich öffne weiter meine Lucky Blöcke. Oh, warte mal. Ich nehme jetzt hier... Oh, let's go. Wir haben jetzt sogar... Oh. Wir haben jetzt sogar Wasser. Das heißt, wir können eine unendliche Wasserquelle machen. Ey, hat wer von euch Erde? Hm, naja. Wenn du es gut anbindest, na gut. Oh, was? Oh, danke. Sehr gut. Okay. Mal schauen, jetzt werden wir das hier ein bisschen weiter bauen und jetzt mache ich hier eine richtig große Insel und dann, Leute, gehen wir gleich rüber zu dieser Insel, ja? Dann können wir bestimmt in dieser Insel... Gibt es bestimmt Sachen, womit wir den Ender dran besiegen können und womit wir zum Ender-Portal kommen. So, ich mache mir jetzt erst mal Rüstung. Du machst die... Oh, nein. Freunde, ich darf nicht zulassen, dass die besser sind als ich auf dieser Insel, weil dann werden die bestimmt richtig fiese Sachen mit mir anstellen. Nein, das möchte ich nicht. Wieso ist Mädels Teambesprechung? Äh, warte mal. Warum macht ihr jetzt eine Teambesprechung? Teambesprechung? Okay, okay, du bist nicht dabei. Du bist ein Junge. Hä? Hä? Ernsthaft? Oh Mann, aber wir sind doch zusammen auf dieser Insel. Ey Mädels, kommt zu mir. Nicht, dass der noch hört, was ich jetzt sage. Also, passt mal auf. Ich werde mir jetzt ganz viele Lucky-Blöcke abbauen, Rüstung kriegen, weil schaut mal, wie OP ich schon bin und dann vertreiben die den von der Insel, okay? Ich habe alles gehört. Die wollen vertreiben. Nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Warum? Was, Nelly? Was hast du für eine Rüstung? Eine Lucky-Rüstung? What the... Was? Oh, ja, schau mal. Ich kann richtig noch springen schon über dir. Wow, okay, das ist krass. Ich brauche auch unbedingt krassere Sachen von diesen Lucky-Blocks. Und warte mal, was hast du, Lili? Haha, ich habe einen Diamantenapfel. Wow, das ist bestimmt richtig krass. Ey, den brauche ich. Damit kann ich den dann besiegen. Vertraue mir, ich brauche den. Gib mir den her. Hm, okay, du kannst ihn kurz anschauen, aber gib mir den später wieder zurück, okay? Okay, ich gebe den nach wieder zurück, aber gib mir den für eine Sekunde nur. Ganz kurz. So, danke schön, Lili. Okay, und essen. Haha, verarscht. Oh, das riecht krass. Ich habe recht viele Herzen bekommen. Boah, ist der krass. Dein Ernst? Den brauchen wir doch für später. Du hast ihn jetzt einfach weggegessen. Das bringt doch gar nichts. Äh, ups. Haha, hab's genommen. Hey, schau mal, was ich hier aus einem Lucky-Block bekommen habe. Oh nein, was ist das denn? Zeig mal her. Du musst nicht stehen. Äh, nein. Hör auf, nicht auf mich zielen. Okay, na gut, aber schau mal, was das kann. Und zack. Ha, oha, krass, Junge. Ey, Leute, wir können uns eine unendliche Steinquelle machen, okay? Hat wer noch Blöcke? Okay, okay, okay? Okay, warte. Zeig mal her. Oh, Steinblöcke? Wo hast du Stein? Hey, aber gut, ich wollte eine unendliche Steinquelle machen. Dann kann ich die jetzt sogar machen. So, zack, zack, zack. Let's go, Freunde. Ey, das geht richtig easy eigentlich sogar. So, man muss einfach dafür hier vorne Lava platzieren. Schaut euch das an. Und jetzt baut man das hier alles ab. Äh, oh nein. Ich glaube, wir brauchen mehr Blöcke, Leute. Okay, okay, aber bitte benutze die sinnvoller als davor, okay? Ich benutze die sinnvoll, vertraut mir. Ich mache erst etwas Richtig Gutes für uns. Und, kommt schon. Ah, haha, ich habe es geschafft. Eine unendliche, eine unendliche Steinquelle. Schaut euch das mal an. Und, kommt schon. Ja, noch mehr Stein. Und jetzt, Freunde, können wir so viel Stein ergattern. Let's go. Ich habe schon richtig coole Tools mir gemacht mit einem speziellen Material. Was? Du hast die richtig coole Tools gemacht? Zeig mal her. Du hast die komplette Lucky Tools gemacht? Was können die bitte sehr? Ich habe auch die. Warte mal, ich habe das auch. Ich muss das auch austesten. So, ich mache mir mal jetzt ein Lucky Schwert. Oder, Leute, sollen wir uns das machen? Ja, komm, wir testen es aus. Lucky Sword. Neun Schaden. Das ist krasser als bei Diamantenschwerte. Brauche ich das hier gar nicht mehr. Oha, krass, Alter. Schaut euch das mal an. Ich teste mal die an dir aus, okay? Ich teste mal die aus. Ey, ey, ey. Hör auf damit. Hör auf damit. So, wisst ihr was? Ich kümmere mich jetzt auch darum, dass ich jetzt mal ein bisschen krasser werde, Leute, weil es kann doch nicht sein, dass die einfach krasser sind als ich. Girls, schaut, was ich bekommen habe. Noch ein Netherite-Schwert. Wer will ich haben? Netherite-Schwert? Ey, aber warte mal. Ich glaube sogar, mein Lucky Sword ist besser als das Netherite-Schwert. Schau mal, ich habe jetzt zwei Schwerter. Ist doch besser gegen drei Mädels. Ist doch besser gegen drei Netherite-Schwerter. Oh nein. Ihr seid echt krass, Mann. Und sie hat sogar so eine Blaze-Waffel. Alter, das ist noch krasser. Ey, lasst mich in Ruhe, Ey, ich will, ich will, ich will doch nur helfen. Ich will doch hier auch weg, genauso wie ihr. Was kann das hier? Ein Fernrohr? Äh, Leute, was soll ich mit einem Fernrohr machen? Hm. Ähm, naja, das bringt mir nichts, Freunde. Das verbrennig. Wer braucht bitte sein Fernrohr? So, zack, dann würde ich sagen, bauen wir es weiter ab. Und, ey, ich habe schon wieder nichts. Ey, was hast du bekommen, Nelly? Was war das für ein, Was war das für ein Kristall? Zeig mir her. Was meinst du, meinst du? Der gehört mir. Oh ja, gib her. Hey. Aber das ist Lila, das ist meiner. Ey, nein, gib mir den. Ich möchte ihn sehen, was er kann. Aber du gibst ihn mir zurück, weil das ist Lila und Lila ist meine Lieblingshörbe, wie du weißt. Ich gebe ihn 100% zurück, gib her. Okay, na gut, hier, mal schauen, was er kann. oh, Schnelligkeit. Okay, den behalte ich doch. Das ist Lila, das ist meiner. Gib ihn sofort zurück. Nein, 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 was ist das? Lol, ein langer Stab? Was ist das denn? Aber das brauchen wir nicht, Leute. So, weg damit. Ich habe jetzt richtig krass, ich habe sogar Feuerresistenz. Schaut euch das an, ich kann einfach in Lava schwimmen. Ey, was macht ihr jetzt? Jetzt kommt ihr aber nicht zu mir, ne? Ganz gut, jetzt bist du OP, aber was bringt dir das, in Lava zu sein? Ich habe nur ein HP, wenn du noch einmal mich hinsen hast, dann gehe ich drauf. Hört auf damit, das ist recht ehrenlos. Oh nein, ich muss irgendwas essen. Was kann ich essen, Leute? Ah, wir müssen ein Feld machen, stimmt. Okay, wir machen hier vorne ein Feld, Leute. Bam, 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 zack, 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 und wir pflanzen dort vorne eine Melone an. Mädels, ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir haben richtig gute Ausrüstung, jetzt können wir Okri besiegen, aber nicht ihm sagen, ne? Äh, ich habe das ganz genau gehört. Hey, keiner besiegt mich hier. Ich will mit euch auch von dieser Insel weg, Mann. Och, ich habe Angst, Leute, die sind so echt fies zu mir. Hey, kein Tee-Tee-Pasin, das kann gefährlich werden. Jetzt geht mal weg, der Lucky Block gehört mir ganz echt. Zack, weg mit euch. So, ich baue den jetzt die ganze Zeit ab und ihr könnt mal weiter an der Insel bauen, damit die krasser wird und dann bauen wir gleich dorthin und besiegen den Änder-Drachen. So, zack, und oh, ich habe richtig viele Lucky Blöcke bekommen. Leute, ich hoffe, ich bekomme richtig viel Essen dadurch. Das wäre richtig gut. Komm, wir öffnen die mal hier oben und zack, was bekommen wir? Und, das brauchen wir nicht. Ernsthaft? Hä? Was ist denn hier unten los? Oh nein. Ein Gelett ist gesporn. Warte mal, keine Sorge, ich hole mir das. Zack, von oben drauf da. Oh nein, es zielt auf mich. Die Power, haha. Was, hast du verzaugt? Denner-Rüstung? Mhm, Lucky Block, Mädchen haben mehr Glück als die Boys. oh nein, ich brauche auch bessere Rüstung. Kommt schon, und? Oh, ich bekomme nichts Gutes, Leute, ernsthaft? Oh man, das brauche ich doch alles gar nicht. Kommt schon, ich brauche mal. Oh, let's go, wir haben jetzt auch Diamanten-Rüstung. Ich habe sogar einen Lucky Helmet. Boah, das ist auch richtig krass. Crazy, Leute. Ich mache mir jetzt komplette Lucky-Rüstung. Die ist voll stark, schaut euch das an. Und bam, die ist auch stärker als Diamanten-Rüstung. Und bam. Crazy. Lucky-Rüstung, ey, das war echt eine gute Idee mit der Lucky-Rüstung, ne? Die gibt ja richtig krasse Sachen. Ja, aber das war meine Idee. Eigentlich darfst du das gar nicht machen. Oh, jetzt bekomme ich gar keinen Fallschaden mehr. Haha. So, bauen wir mal den TT-Lucky-Block ab. Und, oh, noch ein Kristall. Oh, warte mal. Black Gem. Was gibt der mir bitte sehr, Leute? Oh, der gibt Resistenz. Das ist richtig krass. Ich brauche diese ganze Kristalle. Warst du Krüter für den mal haben? Ne, du darfst ihn nicht haben. Der gehört jetzt mir, Mann. Ihr habt schon genug Rüstung. Ihr habt schon genug OP-Sachen. Ich will jetzt auch ein paar geile Sachen haben. Und, kommt schon. Oh ne, das brauche ich gar nicht. Weg damit. Leute, komm, wir holen uns jetzt nur noch eine krasse Sache. Und damit, weil ich will auch so eine Waffe wie Nelly. Und damit gehen wir dann den Enderman, den Enderdrachen besiegen, Leute. Kommt schon. Let's go. Netherite-Helmet. Aber warte mal, der Lucky-Helmet ist einfach besser als ein Netherite-Helmet. Hä, wie krass, Leute. Oh, Mann. Zack, weiter abbauen. Und, haha, einen Bogen. Ja, den können wir gegen den Enderman besiegen. Damit können wir den Enderman besiegen. Einfach, wenn er in der Luft ist, dann schieße ich ihn ab. Haha. Ich kann den auch abschießen. Oh, stimmt. Du hast ja diese richtig krasse Waffe. Okri, bist du überhaupt gut in Minecraft? Ich glaube, du bist richtig schlecht. Du wirst ihn nicht den Enderman besiegen. Hä, was? Ich werde den Enderman nicht besiegen? Was redest du da? Natürlich werde ich den besiegen. Und, dass ich schlecht bin, den Minecraft stimmt auch nicht. Oh, doch. Du bist der schlechteste Bruder, den ich kenne. Haha. Und jetzt, geh endlich weg von unserer Insel. Nein, ihr werdet mich nicht rausschmeißen, weil ich habe 32 Gold-Effel bekommen. Haha. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr rausschmeißen. Jetzt bin ich super OP, Junge. Und ich habe noch eine Gem bekommen. Egal. Gegen drei Mädels hast du trotzdem keine Chance. Ach, wollen wir wetten? Wisst ihr was? Mann, so, wer als erstes im Enderman-Portal ist und den Enderman besiegt? Und ich werde mich jetzt sofort vom Acker machen und den besiegen. Haha. Let's go, Freunde. Ich werde das jetzt rüber bauen. Ich werde da jetzt rüber bauen. Let's go. Tschüss, Leute. Haha. Nein, nein. Ey Mädels, alles für die Teste mobilisieren und Ruki attackieren. Ah, Ruki attackieren. Oh, zum Glück habe ich, oh, okay, gut. Leute, ich habe zum Glück diesen Effekt, dass ich ganz langsam runterfalle. Jetzt muss ich schnell wieder hoch. Ich bin einfach runtergefallen. Wie peinlich. Die neue Uri ist endlich weg. Wir wollen ihn ewig hier haben. Endlich ist er weg. Let's go. Warte mal, wenn die wüssten, dass ich überhaupt nicht ruhig runtergefallen bin, ich zeige denen jetzt her, Junge, dass ich doch immer da bin. Hallo, hier bin ich doch. Haha, hab ich es genommen. nicht er schon wieder. Oh doch, und jetzt gehe ich zum Ender-Portal als erstes. Und abhauen. Haha, Leute, schnell dorthin, schnell dorthin. Ich fasse mich jetzt wieder rüber. Zack, ich benutze einfach meine Ender-Perle. Und zack. Let's go. Und jetzt mal schauen, was in der Kiste ist. Hier ist bestimmt das Ender-Portal. Und dann werde ich hier raus und die müssen für immer hierbleiben. Und dann müsste ich die nie wieder sehen. Dann gehe ich zurück zu meinen Freunden und die bleiben für immer hier. Vorher sollen wir das so machen? Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, welches Team seid ihr? Seid ihr Team Jungs oder Team Mädels? Schreibt es jetzt alle in die Kommentare. Also Freunde, ich bin immer offen für Mädels, aber die drei, die sind echt schrecklich. Ihr wisst gar nicht. Die, die, ich hab dir nichts getan und die sind einfach richtig fies zu mir. Warum das denn? Aber zum Glück ist nicht jedes Mädchen so verrückt wie meine Schwester und die Schwester von Slucky und Nelly. Na ja, Nelly, du bist doch die Normalste von den drei. Was? Oh nein! Wir sind nicht verrückt. Der alt, der verrückt ist, bist du. Und weißt du warum? Weil du nur eine kleine Gehirnzelle hast. Und deine Gehirnzelle ist so klein wie ein Minecraft-Knopf, ganz ehrlich. Okay, Freunde, ich werde jetzt verschwinden. Die wissen nicht, dass hier vorne das Ender-Portal drin ist. So, ich bin sicher das erste Ender dran und dann verschwinde ich hier endlich. Oh, hier sind einfach zwölf Ender-Portal-Rahmen und zwölf Ender-Augen drin. Damit kann ich ins Ender-Portal. So, zack, zack, zack. Let's go, Freunde. Äh, oh nein, die kommen zu mir. Ich glaube, die haben was gerochen. Hier, zack, zack, zack. Ich muss mich beeilen. Okay, eins, zwei, drei. Ah! Oh nein, oh nein, die kommen. Wir kommen, Uchi. Oh nein, kommt nicht. Warte noch eine Sekunde, ich komme gleich wieder zurück. Nein, nein, nein. Du hast keine Zeit mehr. Äh, was? Was meint ihr? Oh nein. Steh mich, Herr Körper. Äh, Schneebälle funktionieren nicht. Ich habe Lucky-Rüstung an. Zack, zack. Und jetzt verschwinde ich. ich gehe ins Ender-Portal. Ah, Aua. Hey, was sollte das? Oh nein. Oh nein. Unser Ender-Auge. Was habt ihr gemacht? Jetzt können wir nicht mehr ins Ender-Portal. Obwohl, warte mal. Oh ja, let's go. Ich kann mir noch eine Ender-Auge machen. Zack, zack, zack. Jetzt tue ich da rein und jetzt nehme ich das und jetzt Ender-Auge. Haha, und jetzt tue ich alle rein und jetzt gehe ich ins Ender-Portal. Tschau Leute. Haha, tschüss. Haha, ja. Hä? Ja, ich komme mit drin. Äh, oh nein, die sind ja auch alle mitgekommen. Wenn wir jetzt den Ender-Drahen besiegen, dann wirst du hier nie wieder rauskommen, weil wir sind dann die Ersten, die rauskommen. Also, Mädels, beeilt euch. Was zum, nein, auf keinen Fall. Ich bin der Erste, der hier draußen ist. Ihr habt nicht mehr eine Spitzhacke und ich schon, deshalb kann ich mich hier rausbuddeln. Hier, nimm das. Haha. Haha, Oh ja, ich gehe jetzt ganz schnell zum Ender-Drahen. Zack, zack, zack. Let's go, Freunde. Ich bin ganz. So, Freunde, Jungs versus Mädels, ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Nein, Mädels gegen Jungs. Schnell, Freunde, schnell nach oben. Oh Mann, ich bin so langsam. zack. Ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke. So, let's go, ich habe noch Blöcke. Leute, schreibt eine 1 in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass Uri besser ist und eine 2 in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass wir besser sind, die Mädchen. Nein, 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 Leute, schreibt alleine 1 in die Kommentare, dass Uri gewinnen wird. Weil wenn ich gewinne, dann kann ich endlich wieder zurück zu meinen Freunden und muss nicht mit diesen 3 Mädels hier sein. Also, Freunde, schreibt alleine 1 in die Kommentare. Wir müssen den Enderbrachen zuerst. Nein, Freunde, alle 1 in die Kommentare. Sie picken mal ein, Leute, schreibt alleine 2 in die Kommentare für Lili. Nein, Leute, hört ihr nicht zu, alleine 1 in die Kommentare ist viel besser, vertraut mir. Ihr wollt doch nicht, dass ich für immer hier bleibe. Nimm das Enderman, Mann. Warum attackierst du mich? Wir müssen die ganzen Kristalle zerstören, Leute, schnell. Und dann können wir den Enderdrachen besiegen, weil erstmal müssen wir die Kristalle zerstören, damit die nicht den Enderdrachen die ganze Zeit heilen. Schaut, und man muss sie treffen und ja, let's go, ich hab getroffen. Das mach ich jetzt mit jedem, ähm, und warte mal, jetzt versuch ich mal dort hoch und zack. So, kommt schon, den Kristall müsstest du auch zerstören und bam, haha, zerstört. Okay, Waffe, trifft jeden Kristall. Oh ja, ich werd jetzt jeden Kristall zerstören und ihr habt keine Schotze da noch, weil guck mal, mein Bauer-Aim ist so krass, Leute, ich treff jedes Kristall. Zack. Ey, du hast ihn vor mir getroffen. Oh nein, dort hinten. Und jetzt treff ich dich. Ey, hast du gerade auf mich geschossen, oder was? Ja, na klar, du bist ein Feind. Ich bin kein Feind. Na klar, wir werden den Enderwan Eva, den besiegen. Nein, ihr werdet ihn nicht vor mir besiegen. Und Kristall getroffen. Habt ihr das gesehen, Leute, von so weitem? Ich bin echt ein Profi. Und warte mal, jetzt den da vorne noch und kommt schon, bam. Und jetzt den da hinten. Aua, oh nein, der Enderwan hat auf mich geschossen. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. Oh, okay, alles nochmal gut, Freunde. Und jetzt hinten den Kristall. Wartet, Leute, und zack, das ist der letzte Kristall, Leute. Bam. Nimm das. Hey, ah, nein, sie hat mich runtergeschossen. Hilfe. Bist du fies, Mann. Okay, Leute. Jetzt geht's darum, wer mehr Schaden macht und wir sind zu dritt. Nein, ich werde den besiegen. Nimm das. Oh, ha, ich hab dich hops genommen. Oh, äh, ich hab Lily erledigt. Ähm, das wollte ich gar nicht. Obwohl, sie kann ja eh wieder hierhin zurückkommen. Aber wisst ihr was, das ist besser für mich. Jetzt kann ich den Enderwan besiegen. Dieses Schwert ist ja richtig krass. Ey, nein, ich werde weggeschleudert. Komm, nimm, ey, Sandy, weg mit dir. Ich hab dich auch weggeschleudert. Sandy, komm mal her. Und zack. Oh nein, ich hab dich noch weggeschleudert. Ich hab dich noch weggeschleudert. Ich hab dich noch weggeschleudert. Ja, nimm das. ich werde den Enderwan besiegen. Nimm das, Enderwan. Zack. Zack. Ich werde ihn besiegen. Ey. Oh, Mann. Ah, Freunde, ich brauche irgendeinen besseren Bogen für diesen Enderwan, weil der haut die ganze Zeit ab, ganz ehrlich. Ey, wisst ihr was? Ich haue nur noch ein HP. Du hast nur noch ein HP? Dann komm her, Nelly, gib mir deine Waffe, sonst werde ich dich holen. Okay, aber ich hab die Waffe bekommen, Freunde, und jetzt werde ich den Enderdrache damit abschießen. Nimm das Enderdrache. Hä, das geht ja gar nicht. Wir müssen mit dem Schwert besiegen. Wir müssen mit dem Schwert besiegen. Weg damit, Nelly. Haha, ich hab dich weggeschleudert. Nimm das Enderdrache. Bam, drauf da, wir schaffen das. ja. Zack. Zwei sind wir stärker. Freunde, ich werde, oh nein. Oh, ich hab vergessen. Ich hab ja wieder dieses einen Effekt, dass ich richtig langsam falle. Sanfter Fall heißt der, Freunde. Der ist so OP. Das wäre schon die ganze Zeit draufgegangen. Mit dem Ding, Jungs. Ich hab ne Idee, wir machen hier einen riesen Feuerkreis. Hier kann Uckre nicht hinkommen. Ey, nein, ich werde den Enderdrache besiegen, Freunde. Ich werde den Enderdrache besiegen. Die ist richtig krass, Leute. Und zack. Nimm das Enderdrache. Boom. Uckre hat kein Aim. Ey, ich hab Aim. Leute, ich hab, glaube ich, keine Chance gegen die. Die sind einfach zu dritt. Ach, ihr müsst mir alle jetzt nochmal helfen und ein Like da lassen, diesen krassen Lucky Block. Den hab ich ja noch übrig. Was richtig krasses bekommen. Kommt schon, Freunde. Wünscht mir richtig viel Glück, indem ihr ein Like da lässt. Kommt schon. All die, die es noch nicht getan haben, jetzt tun. Und mal schauen, bitte bekomme ich was richtig krasses. Wir bauen den jetzt alle gemeinsam ab. Der sieht richtig krass aus, Freunde. Wie so ein Buggy Lucky Block. Wir bauen den jetzt ab. Let's go. Wow. Was haben wir bekommen? Ey, nein, ihr werdet ihr nicht besiegen. Leute, ich hab da nichts rausbekommen. Leute, habt ihr das gesehen? Wir haben einen richtig krassen Bogen bekommen. Leute, ich glaub, der ist richtig krass. Danke euch. Alles wegen euch. Jetzt seid die besten. Danke an jenen, der ein Like da gestern hat. Jetzt werden wir den Ennerdarm besiegen. Oh nein, der hat nicht mehr viel Leben. Was ist das für ein krasser Bogen? Oh, der hat unendlich viel Stärke. 255. Das ist so krass. Wir machen den Ennerdarm One-Shot. Okay, Freunde, wir testen es aus. Und, ich werde jetzt den Ennerdarm besiegen. Leute, passt auf, schaut euch das an. Schaut euch an, was ich habe. Haha. Ihr habt keine Chance. Und zack. Oh, ich habe mich getroffen. Nochmal, Freunde. Und zack. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Ey, nehmt das dann. Haha. Und, ey, nein, Lili konnte nicht kommen. Naja, die anderen werden jetzt hier noch ein Weinchen bleiben. Und ich werde jetzt nach Hause zurückrennen. Und rein ins Portal. Wuhu. Die Sonne brennt so. Wo bin ich hier? Hey, Huchi, wach endlich auf. Ich dachte, ich bin wieder zu Hause. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo sind wir hier? Ah, oh nein, was ist das denn? Warum sind wir auf dem Floß? Irgendwo im Nirgendwo. Auf dem Ozean. Uri, ich könnte dich gerade richtig ins Wasser schmeißen. Warum das denn? Was habe ich gemacht? Genau richtig. Warum tust du uns so was Böses an? Wieso? Ich habe gar nichts gesagt. Ich wollte nur nach Hause kommen. Ich dachte, wir werden wieder ändern. Bis hier haben wir gewonnen. Warte mal, hört ihr das? Ich bin der böse Geist der Spiele. Hahaha. Leute, habt ihr das auch gehört, Mädels? Das habe ich doch nicht nur, das habe doch nicht nur ich gehört, oder? Armin, ich liebe dir, weil du Geisterboxen schon hast. Es ist hier Flur und wir sitzen hier. Warum warst du eigentlich bei uns? Ey, Leute, ich wollte das ja nicht, aber wir müssen hier irgendwie hier wegkommen. Was hast du mit Übernachtung gemacht? Äh, wir wollen, äh, was ich heute gemacht habe? Gib's zu. Gib's zu. Was wolltest du machen? Hä, Sass? Nein, ich wollte nichts, Sass. Ich wollte euch nur pöken. Sass, sagst du was? Du hast es verdient. Wir sollten dich runterschmeißen. Runterschmeißen? Auf keinen Fall. Das überlebe ich nicht. Das hast du dich selbst angebracht. Und... Äh, Nein, 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 hör auf damit, hör auf damit. Wir müssen die Geist fragen, wie kommen wir hier weg? Leute, die wollen mich alles gleich hier runterschubsen, Mann. Oh, ich hab hier alles... Äh, ey, hör auf damit. Oh Mann, ich kann... Schleifchen runter. Das ist eklig. Das ist Meereswasser. Und hier sind ganz, ganz schlimme Fische. Hört auf damit. Okay, hör mal ganz genau zu, okay? Äh, ja. Also, wenn du uns nicht sofort hier wegbringst, dann werden wir dich aus dem Mädchenflug schmeißen. Hast du verstanden? Aus dem Mädchenflug schmeißen? Was? Okay, Leute, ich werde euch retten. Schaut mal, was wir hier bekommen haben. Wir haben eine Angel. Und damit können wir anscheinend diese Sachen angeln. Hier, zack. Und jetzt hab ich Holz. Nein. Oh nein, das ist weg, das Holz. Hey, hey, hört auf, mich runterzuschmeißen. Wir brauchen ihn, glaube ich. Er muss für uns arbeiten. Arbeiten für euch, Leute. Ich hol euch hier. Ich hol euch zurück. Wir können hier Gold sammeln. Schaut mal. Vielleicht können wir damit irgendwas anstellen. Ey, ich mach das ja schon. Ich hol euch hier wieder zurück. Ihr habt recht, ich hab das alles eingebockt. Tut mir leid. Hey, macht einfach so. Boom. Nein, 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 wir dürfen nicht so lange im Wasser sein, weil sonst wären wir... Giftwasser. Das ist Giftwasser, glaube ich. Hahaha, richtig erkannt. Das hier ist Giftwasser. Und wenn ihr zu lange in diesem Wasser bleibt und versucht abzuhauen, dann kommt ihr nie wieder zurück. Und habt das Spiel verloren. Also, wenn ihr schafft, den Enderdrachen zu besiegen, dann lasse ich euch hier frei. Hahaha. Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen versuchen, irgendwie den Enderdrachen zu besiegen. Aber wir haben nur eine Angel, womit wir Sachen angeln können. Oh, hier ist Eisen. Das können wir gebrauchen. Für eine gute Rüstung. Hey, nein, nimm das. Zack, ich hab ein Eisen. Und Schell wieder hoch. Wir dürfen nicht so lange im Wasser immer sein. Okay, hier vorne ist wieder Feuerstein. Es wird dunkel. Stimmt, es wird dunkel. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass hier schlimme Fische spawnen oder sowas. Ganz schlimme Haie oder so. Ey, Leute, nehmt alles mit, was ihr könnt, okay? Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Auf jeden Fall Holz. Ja, gute Schlaufe, aber wie sollen wir bitte schön zum Enderdrachen kommen? Ja. Wie wir zum Enderdrachen kommen sollen? Was weiß ich, Mann, wir müssen irgendwie hier versuchen, Holz, irgendwie Minecraft durchzuspielen. Wir müssen Minecraft durchspielen, aber wir dürfen halt einfach nur auf diesem Floß sein. Und wir sind hier einfach fest, wir stecken hier einfach fest, Leute. Aber wir müssen es irgendwie schaffen. Warte mal, seht ihr das? Was ist das dort im Wasser? Ich hab Angst, Leute. Leute, ich bin doch nicht der Einzige, der das sieht. Das ist ein Killerball. Oh nein, 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 ich bin weg von dir. Oh, das ist ein Zombie. Ah, Leute, starkes Klammer. Ey, Sandy, pass auf, du darfst nicht so lange im Wasser bleiben. Der Timer läuft ab, solange wir im Wasser sind. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh Mann, wir müssen aufpassen. Was machst du denn? Und das voll ist ein Killerball. Oh nein, der darf uns nicht sehen. Okay, ey, ich hab, ey, Sandy, ist eine gute Idee. Wir müssen die Insel hier weiter aufbauen. Ähm, und dafür haben wir Holz. So, zack. Aber wir machen uns auch eine Crafting Bench. Zack, jetzt haben wir eine größere Insel. Und so können wir uns von diesem Riesenball schützen. So, zack. Und jetzt machen wir uns am besten sogar ein Schwert. Weil falls Nelly und Sally nochmal richtig wütend werden, dann schlage ich die mit dem Schwert. Ganz ehrlich, Leute. Lass mir das durch einfach gefallen, dass die hier so frech werden. Schmeller, Uri, du brauchst so lange. Ey, ganz ruhig. Gib mir keine Befehle. Ich hab uns grad ein Feuerzeug gemacht, um uns wahrzuhalten. Nelly, Nelly. Nimm das. Zack, jetzt kann ich gegen das Zombie kämpfen. Schau mal, ich hab hier Brot für die, aber Uri geben wir nichts ab. Okay, ihr könnt gerne verhungern, Junge. Nein, ich bin. Hey, Leute, gib mir auch Brot. Ich hab so einen Hunger. Oh nein. Guck mal, Killerware kommt nicht aus der Kieren. Wie der Killerware kommt und sagt, nee, zum Glück ist er noch da hinten, Alter. Ich hab echt Angst. Schau mal, da hinten. Der kommt gleich. Ich lock ihn an. Nein, lock ihn nicht an. Bist du verrückt? Ja, was machst du, Nelly? Was machst du? Nein, Sally, Sally, was machst du? Alter, bist du verrückt geworden? Das ist ein Killerwall. Mit dem ist nicht zu spaßen. Hör auf, der springt hier irgendwie durch. Ja, bitte seid ihr krank. Oh nein. Nein, Sally. Sally ist draufgegangen. Zum Glück ist er weg, Mann. Was hat sich Sally gedacht? Wir haben Sally verloren. Wir sehen sie nie wieder. Nein, das ist deine Schuld. Warum ist es meine Schuld? Sie hat doch den Hai attackiert oder diesen Killerwall. Okay, wisst ihr was? Dann müssen wir hier zu zweit. Das ist nicht wie scharf, um hier runterzukommen. Du weißt, was das heißt. So, zack. Ey, Zombie kommt uns nicht so nah. Jetzt bin ich sauer. Wir haben Sally verloren. Oh Mann, sie war doch Simlaki Schwester und jetzt haben wir sie verloren. Ich bin sauer. Hinter dir ist was gefallen. Wie? Hinter mir ist was gefallen. Hä? Warte mal, siehst du es da? Oh Mann. Sally. Sally? Hey, was passiert? Nein, Sally kommt zurück. Ich bin nicht wieder attackiert. Bist du verrückt, Alles gut, alles gut. Simlaki hat mir beigebracht, wie man mit Fischen kämpft. Ah, pass auf. Digga, der will uns auch nicht in Ruhe lassen, oder? Oh Mann, ich habe Angst vor dem. Wie kann der nicht anders weggehen? Der muss weggehen. Hier sind sogar Haie. Haie da hinten. Oh, wie Haie? Sally, nicht noch mal attackieren, okay? Ich habe Angst, Mann. Du hast uns ja richtig hier in Schrecken eingejagt. Wir dachten, du bist verloren, aber anscheinend wird, anscheinend ist man, glaube ich, unsterblich, beziehungsweise, Leute. Ich glaube, man kann nur verlieren, indem man zu lange im Wasser ist. Aber das ist gut, das ist besser für uns, oder nicht? Natürlich, aber du musst trotzdem für uns alles machen. Äh, okay, Leute, ich muss euch helfen. So, wir müssen irgendwie an Essen kommen. Ich habe kein Essen mehr. Leute, ich brauche unbedingt Stroh. Wo ist Stroh, Leute, wo ist Stroh? Das ist, äh, das ist Dirt. Ne, das brauchen wir nicht. Hier ist dein Essen. Anders hast du nicht verdient. Hier. Warte mal, das ist mein Essen? Das ist verrottetes Fleisch. Das werde ich auf keinem Essen essen. Guck mal, hier vorne, das ist Strohbein. Hey, dann erzähl, ich wollte nur was essen. Nelly, das ist voll fies von dir. Hier, ich gebe dir was Besseres zu essen. Echt? Oh, danke, Nelly, dass du mir was zu essen hast. ich bin nicht Pupsi. Hä? Was soll ich denn mit Dirt, Mann? Oh, Leute, ich brauche nur nur Essen, ich habe so Hunger. Oh, Mann, ihr seid so fies zu mir. Leute, warum sind die so fies zu mir? Hier ein Brot, aber mehr kriegst du nicht. Okay, danke für das, Junge. Das reicht auf jeden Fall nicht, aber danke, Mann. Leute, die sind echt fies zu mir. Ich glaube, wir müssen hier entscheiden, wer der... Schmeckt so lecker, das Brot. Leute, ab jetzt, ab jetzt haben wir einen Anführer, okay? Weil sonst funktioniert das nicht und ich werde der Anführer. Was? Nein, du meinst nur eine Anführerin. Nein, wir brauchen... Oh, zack, hier ist mein Essenblock. Ich bin ganz ehrlich, ich habe lange nicht mehr so was Dummes gehört. Was? Hey, aber wenn ich nicht der Anführer bin, dann... Oh nein, hier sind Haie, unter uns sind Haie. Leute, wenn du unser Anführer bist, wirklich, schau dich mal an, du bist ein Junge und wir sind Mädchen, das heißt, es muss ein Mädchenanführerin sein. Nein, 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 Leute, wir werden jetzt abstimmen in den Kommentaren. Ich will jede Stimme sehen. Wir stimmen demokratisch ab, wer hier der Anführer wird von der Insel und es schafft, den Eltern zu besiegen und wieder zurückzukommen. Also, schreibt mir die Kommentare. Also, eine Eins, wenn ihr Team Jung seid und eine Zwei, wenn ihr Team Mädchen seid. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Also, Freunde, alle Team Eins, alle Hashtag Eins, alle Eins in die Kommentare, alle eine Eins. Alle eine Zwei. Nein, nein, eins in die Kommentare. Freunde, stell, 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 eine Eins in die Kommentare. Eins, eins. Äh, warte mal, du hast gerade für mich gestimmt. Hä? Nein, hab ich gar nicht. Ups, äh, doch, nicht zwei, nicht zwei. Nein, nicht zwei, eins. Okay, Leute, so, wir nehmen uns mehr Eisen, damit wir uns da Eisen rüst machen können. Was ist das denn schreckliches? Das sind wirklich Haie, pass auf. Das ist ein Hammer Haie. Aufpassen, okay? Oh Mann, nicht, dass hier noch schlimmere Monster kommen. Leute, wisst ihr, was wir bauen für das Ender Portal? Auf jeden Fall Ender Perlen. Und, oh, da sind welche. Let's go. Und, zack, Reiter. Ah, das ist ein Krokodil. Leute, aufpassen, das ist ein Krokodil. Oh nein. Ey, ey, komm mir nicht zu nah. Leute, aufpassen. Ich hab's erledigt. Haha, du hast keine Chance. Wir schütteln uns. Okay, du musst die Arbeit erledigen. Ich mach das schon. Nimm das, Krokodil, Alter. Komm mir nicht zu nah. Ich schad, ich bin kaputt. Das ist echt stark. Warum hat er so viel Leben? Boah, das ist echt stark, Leute, aber keine Sorge. Ich hab's erledigt. Ich dachte, du musst mit denen fahren. Hey, Sally, lass mir Ruhe machen. Rein mit dir, rein mit dir. Sagt auf. Ja, Sally soll aufhören, mich immer ins Wasser zu schubsen. Das ist echt. Ey, wir haben das nächste Ender-Pel. Das heißt, wir brauchen nur noch Lohnrouten und dann können wir uns Ender-Augen machen. Boah, da ist noch ein Krokodil. Leute, ich glaub, die holen ihre Freunde. Ich glaub, die holen ihre Freunde. Oh nein. Wie ist denn los? Das kommt näher, das kommt näher. Aber keine Sorge, Leute, wir müssen irgendwie unser Ender-Portal bauen und dafür werde ich einfach hier stehen und die ganze Zeit Sachen fahren. Was können wir noch mitnehmen? Okay, Holz haben wir jetzt schon. Ach, Ufri, du eiberst die ganze Zeit rum und ich muss alles alleine bauen. War ja klar. Ihr baut, ich hol die Sachen. So, ich kann gleich sogar was mit Eisen machen, hoffentlich. Leute, wir melden uns gleich wieder. Oh, da vorne ist Krokodil. Geh weg von uns. Zack. Oh, zum Glück ist das hier runter. Das kommt hier nicht hoch. Keine Sorge. Also, Leute, wir melden uns gleich wieder. Ich hoffe. Ah, das ist hier oben. Oh Mann. Oh Mann. Ah, ah, lass mich los. Ah, du riechst. Geh mir die Mama. Ah, 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 ah. Oh, habt ihr es ja ledigt? Wir müssen mir helfen. Genau. Ich dachte, Jungs helfen Mädchen, nicht Jungs, Mädchen, Jungs. Leute, das beruht hier auf Gegenseiligkeit. Oh Mann. Okay, so, schnell hoch. Zack, hier bin ich sicher. Und von hier angele ich die. Ah, eine Mücke. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, Hilfe. Ah, ecklig. Alter, die, was, die wollten mich essen, machen. Habt ihr das gesehen? Die wollten mir Blut aussaugen. Die war ja so groß wie ich. An was für einem verrückten Ort sind wir hier, Freunde? An was für einem verrückten Ort sind wir hier? Egal, so, wir machen uns mehr essen. Und wir brauchen jetzt nur noch Enderportalrahmen, damit wir das Enderportal bauen können. Und ein bisschen ausrüsten, damit wir auch den Enderdrachen besiegen können, weil sonst schaffen wir das nicht. Wir haben gar keine Ausrüstung, Leute. Oh Mann. So, wir machen jetzt eine jungsfreie Zone. Hä? Und hier machen wir das Enderportal hin. Das heißt, du kannst hier nicht hin. Leute, wir müssen hier das Enderportal haben. Ihr wisst ja nicht mal, den Enderdrachen besiegen wir im Enderportal. Oh Mann. So, ich mache mir jetzt gleich eine Eisenrüstung. Ich brauche nur noch mehr Eisen. Und, warte mal. Ah, da vorne ist ja Eisen. Perfekt, das schnappe ich mir. So, da vorne ist Eisen. Und, mit der Angel. Zack. Bam. Und dran da. Und hier vorne ist auch noch mehr Eisen. Oha. Oha. Wie viele Eisen habe ich bekommen? Was? Alter, das war ja die, das war ja ein richtig guter Fang. Alter, Leute, ich bin der beste Angler. Wow, wie viel Alter hast du? Mädels, ich bin der beste Angler. Ey, abgeben, abgehen, teilen, ne? Na, teilen könnt ihr, könnt ihr vergessen, Leute. So, jetzt haben wir auch was zum Trinken. hat mir auch ein Brot gegeben. Ja. Ja, aber ein Brot habt ihr. Ja, okay, ihr könnt es zurück haben, das Brot. Hier. Und jetzt mache ich mir voller Eisenrüstung. Let's go, Leute. Wie stark sind wir? Wir sind sehr geworden. Auch nur noch gegen sie schnellen, oder? Äh, warte mal. Wir werden rebellieren, rebellieren werden wir. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ihr kriegt ja schon Eisen, ihr kriegt ja schon Eisen. Nein, ihr kriegt Eisen, ihr kriegt Eisen, ihr kriegt Eisen, ihr kriegt Eisen. So, hier, nimm das so. So, zack, hier ist noch Eisen. Ich habe nur ein Stück gejobbt. Freunde, wir müssen schnell ein Schwert machen, bevor die checken, dass ich denen gerade was gejobbt habe, was überhaupt nicht gut ist. Das ist nur ein Eisen. Wie viel Eisen ist das? Was ist ein Eisen? Sein Ernst? Äh, nein, nein, das ist ein Fehler, da waren viel mehr Eisen. Okay, ich werde ich. Ach ja? Was wirst du machen? Hä? Was wollt ihr jetzt machen? Hm? Ich habe ein ganzes Schild. Ich gebe dir nicht, was ich habe. Schau mal, ich habe jetzt eine Rüstung und ein Schild. Wenn ihr was wollt, dann müsst ihr erst mal an mir vorbeikommen, okay? Liebes Jungs, schon wieder nichts am Abgeben. Das ist frech. Ja, nie will ich teilen. Wie ich habe immer mit dir geteilt und dem Brot gegeben. Das hast du davor, dass du mich das Wasser geschubst hast. Und jetzt, Leute, holen wir uns noch mehr. Wir brauchen unbedingt Enderportalrahmen. Ich werde jetzt nicht schubst. Hey, 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 Leute, jetzt gibt es einen Kampf. Jetzt gibt es einen Kampf. Komm her. Komm her. Hey, jetzt rennt ihr weg, ne? Nein. Jungs, freie Zone. Jungs, freie Zone. Okay, okay, okay. Alles gut, Mann. Ich werde hier weiter angeln. Ah, Freunde, jetzt ist schon richtig viel Zeit vergangen und hier ist einfach nichts Gutes und dann sind wieder die Kinderbahne. Warte mal, du hast diesen Bogen, den schnapp ich mir. Und zack, ja, let's go, ich habe den Bogen. Oh, warte mal, der ist verzaubert. Hä, was denkt ihr, was der hat? Und da vorne sind sogar Pfeile, die schnapp ich mir auch, Leute, let's go. Oh nein, stell ich zurück, stell ich zurück. Oh nein, und zack. Oh, warte mal, was ist das für ein Bogen? Jelly, wir sind gleich fertig, endlich. Ja, ohne ihn, ohne ihn. Hä, warte mal, ey, wollt ihr das Lender ohne mir? Ganz ehrlich, ich werde Minecraft durchspielen und ihr erinnert daran, wir sind ohne eure Hilfe, denn ich habe gerade einen Punkt bekommen. Der ist so krass, Junge. Unendlichkeit, Flamme, Stärke, 3700, Alter, der hat die krassesten Verzauberungen, die ihr jemals gesehen habt. Der ist unzerstörbar und der macht alles One-Shot. Leute, wir testen das direkt aus. Dankeschön, gibst du ihn mir? Auf keinen Fall, Nanny. Also, falls ihr jetzt ein Problem habt, schaut mal an, wir testen das dort vorne an diesem Killerwall und nimm das, dass du uns eben attackiert hast. Oder ich habe mich getroffen. Nimm das, dass du uns eben attackiert hast. Ich habe mich getroffen. Okay, Leute, der ist soweit. Aber ich glaube, der ist richtig krass, der Bogen. Wenn er hier hinkommt, wenn hier nochmal ein Killerwall hinkommt, ich erledige den, ich erledige den, Leute. Ich werde, ich werde mich nicht zurückhalten. Da sind Killerwahne. Äh, warte mal, ich sehe auch einen, dort unten ist ja einer. Oh nein, was machen wir jetzt? Ah, da sind noch mehr. Ah, der attackiert uns. Leute, okay, jetzt zeige ich euch, wie krass mein Bogen ist. Nimm, da, Alter, das war knapp. Ah, noch einer. Nimm das. Alter, der Bogen ist richtig krass. Der Bogen ist richtig krass. Wo sind sie hin? Ich habe sie weggeschossen. Alter, das war knapp, Leute. Habt ihr das gesehen? Der ist auf mich, wie in einem Film, auf mich gesprungen. Und ich habe ihn in seinen Kopf, Alter, einfach in seinen Mund. Junge, das war krass, Leute. Habt ihr das gesehen? Das müssen wir uns eigentlich nochmal in Zeitlupe ansehen. Wie krass war das denn? Und jetzt, Leute, sind wir bereit, um ins Ender-Portal zu gehen? Leute, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Ender-Augen und dann können wir dort rein. Wir werden den Ender-Darm besiegen. Oh Mann, ey, Leute. Wie sollen wir das denn hinbekommen? Ja, wenn wir irgendwie in den Ender-Portal kommen könnten. Also, falls ihr irgendwie Ender-Portal-Rahmen oder so findet, das wäre auf jeden Fall gut. Hey, lass mal Uri's Haus in die Luft springen, wenn wir wieder da sind. Was? Und dann wird er büßen, was er getan hat, okay? Ja, Tja, Plucky hat sowieso schon Plan gemacht, wie wir sein Haus in die Luft sprengen. Was? Leute, ey, hört auf, wie bei mich zu lästern. Ich höre das alles. Ihr wollt mein Haus in die Luft sprengen, wenn wir hier wieder zurück sind. Ganz ehrlich. Was? So was habe ich niemals gesagt. Ich werde ohne euch ins Ender-Portal gehen. Haha, nimm das, Sally. Haha, weg mit dir. Und mit dir auch, Nelly. Ihr habt keine Chance. Hey, hey, nicht attackieren. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe da nämlich was ges... Nein, nein, okay, stopp, stopp, das war nur Spaß. Aber ey, hört auf, meine Haus in die Luft zu springen. Wir müssen hier zusammenarbeiten, um den Ender-Darm zu besiegen. Ganz ehrlich. Und warte mal, was ist das, Leute? Seht ihr das? Hey, Sally, komm mal zurück. Nelly, schaut euch das an. Schaut euch das an, Leute. Was ist das? Das ist doch das Ender-Portal. Aber was macht das dort unten? Und warum ist das so riesig? Alter, es war die ganze Zeit unter uns. Leute, wir können es schaffen. Ey, böser Geist, falls du das hörst. Wir werden jetzt den Ender-Darm besiegen. Komm, Sally, wir müssen es schaffen. geh rein. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind im Ender-Portal. Wir müssen jetzt nur noch Ender-Darm besiegen. Wir sind endlich raus. Wir haben gar keine Rüstung. Du schon. Du musst das machen, Uckri. Ich baue. Keine Sorge, ich mache das, denn mein Bogen ist richtig krass. So, zack, und jetzt hier raus. Sally, 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 lass ihn gleich runter schubsen in dieses Beuter, okay, damit er ganz einfach weg ist. Ich baue euch hier ein, ganz ehrlich, Mann. Warum seid ihr so frech? Ich will euch helfen. Ich will euch schon die ganze Zeit helfen, schon den ganzen Tag. Es tut mir doch leid, dass ich hier was kaputt gemacht habe. Und jetzt sind die doch immer frech zu mir. Nee, ganz ehrlich, ich baue mich hier selber raus und dann bisse ich den Ender dran, denn ich habe einen OP-Bogen. So, ihr könnt dafür überbleiben und schmoren. So, zack. Was ist das? Komm her, in der Drache. Ich glaube, ich muss nicht mal die Kristalle zerstören. Wisst ihr was? Ich mache das einfach eigenhändig. So, mit dem Bogen, einfach drauf da. Einfach drauf da, Leute. Oh nein, ich werde von Endermans attackiert. Okay, stopp, stopp, stopp. Hier, Wasser. Haha, ein Enderman kann kein Wasser vertragen. So, und jetzt nehme ich dich, hops. Nimm das, Enderman. Bam, Kombo. Oha, Leute, ich gebe ihm voll die Kombo. Haha, er hat keine Chance. Ja, er verwirrt vom Wasser. Und jetzt Ender Drache. Komm her, ich kriege dich jetzt. Nimm das, zack. Oh nein, ich werde schon wieder von dem Enderman attackiert. Schneller, wir beobachten dich. Wie wäre es, wenn jemand da hinten mir helft, lieber, und die Cubes jetzt erstört, anstatt den Ender Dragon, anstatt mir das alles zu überlassen. Oh nein, ich wurde attackiert vom Ender Dragon. Leute, habt ihr das gesehen? Ah, jetzt werde ich schon wieder von Enderman attackiert. Oh nein, oh nein, abhauen, abhauen, abhauen. Oh Mann, was soll das? Ich habe ihn nicht getroffen. Oh nein, was passiert hier? Wow, wow, oh nein, das ist ja richtig krass der Enderdrache, der ist krasser als die anderen. Leute, habt ihr das gesehen? Ey, der Enderdrache war richtig krass gerade. Hey, weißt du was, ich kriege dich, ich kriege dich, ich kriege dich, wirklich, bam, nimm das, oh nein, der will mich abschießen. Ich schaffe das, Leute, keine Sorge, und zack, ich besiege ihn, ich besiege ihn. Zack, let's go, nimm das Enderdrache, haha, getroffen. Kaiserlich, wir gehen auf ihn, du hast keine Schatze. Jetzt unser Plan. Nimm das, ey, was, ihr wollt mich besiegen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe den Enderdrache besiegt, oh Leute, schaut euch das an, wow, riesen Explosion. Und jetzt gehe ich zurück in unsere normale Welt. Schaut mal, Freunde, dort ist unsere normale Welt. Ab nach Hause, ab nach Hause, Leute, let's go. Falls ihr mehr Videos zusammen mit meinem Freund sehen wollt, lasst ein Like, da ein Abo, aktiviert die Glocke. Ah, was soll ich sagen, Freunde, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Like, da aboniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und wir sind zurück in unserer Welt, let's go. Haha, dafür drückt mal jetzt alle auf die nächste Folge, und in der nächsten Folge, werde ich die Mädels mal richtig pranken. Ich sage es in Ihren Ernst, die waren richtig fies heute zu mir. Also, drückt schnell auf die nächste Folge, und abonniert meine Freunde, so Lucky und Pili. Schnell, schnell, schnell. Haha, aber Leute, das sind auch meine Freunde, die Mädels, auch wenn die manchmal fies sind. Egal, drückt auf die nächste Folge.